Ja, und man machen so mit der Familie, schöne Feier, so schön machen, Essen, Spaghetti, Pizza, Expresso, Cappuccino und so Sachen wie in der Italien. Das ist ein bisschen Temperament, ja ein bisschen laut, aber was, wenn keine kommenden Nachbarn, keine Mittefeier, ja, das wie eine Familie. Und dann nichts, so sagen, oh, laute, 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 alle Laute. Ja, machen zusammen, wie schöne Party, das ist Partyfeier und so, nichts, jeder Tag Party, ja, nichts, jeder Tag. Auch, muss ich schlafen, mittags so ein bisschen, wenn es wird heiß oder viel Regen, Deutschland immer, manchmal viel Regen, ja, brauchen Regenschirme, ja, und dann ein bisschen machen, schlafen und so, ja, ein bisschen Manschari machen und so, ja, ein bisschen kochen, Küche, ja, das schmeckt gut, der Bauch voll, das ist gut, ja, und alle können mitessen, das sind nichts, so Probleme, nichts, nix, mit, äh, Bessensstil, Decke schlagen, warum, äh, mache, mach ein bisschen zusammen, so Freunde, Familie, das sind meine Brüder, das sind meine Schwester, du bist auch, so, ja, ja, das, äh, ganz schön, so, ja, wie in Italien zu Hause, ja, nix, so, ciao.